Ja, und das ist die ganze Puppe, also das ist der Kopf, der hat Ohren, man muss ihm natürlich noch Haare geben, das ist der Hals, es sind die Schultern, da sind Kugeln eingebaut, haben wir Kugeln reingemacht, da unten sind Kugeln, bei den Füßen sind Kugeln reingemacht, die Hände sehen so aus, die Füße sehen so aus, also die sind auch hart, also da ist auch was eingearbeitet, und das ist eigentlich deine Puppe dann. Wenn's dir gefällt, gefällt's mir auch.